Die im Atlantischen Ozean gelegene Insel Madeira ist ein atemberaubendes Reiseziel, das für seine atemberaubende Landschaft und seine lebhafte Tourismusindustrie bekannt ist. Als eine der autonomen Regionen Portugals bietet Madeira seinen Besuchern eine einzigartige Kombination aus natürlicher Schönheit, reicher Geschichte und herzlicher Gastfreundschaft. Die malerische Landschaft Madeiras ist ein Anziehungspunkt für Touristen. Die Insel bietet viele atemberaubende Ausblicke, von zerklüfteten Bergen bis hin zu üppigen Tälern, die die Touristen mit Sicherheit in ihren Bann ziehen werden. Die berühmten Lewadas, die Bewässerungskanäle, durchziehen die Insel und bieten Wanderwege mit Panoramablick. Madeiras Tourismusindustrie ist in den letzten Jahren aufgrund der guten Erreichbarkeit und der Vielfalt der Attraktionen aufgeblüht. Reisende können charmante Städte wie die Hauptstadt von Schal erkunden, die eine Kombination aus historischer Architektur, lebhaften Märkten und köstlicher lokaler Küche bietet. Die Insel verfügt auch über wunderschöne Strände, an denen sich die Reisenden entspannen und sonnen können. Für Abenteuerlustige bietet Madeira Aktivitäten wie Wandern, Mountainbeaking und Gleitschirmfliegen.